Kessel Sechelbuntes mit Petra Kuschlück. Sie hatte fünf Kolleginnen vom Adlershofer Ansagestudio eingeladen und alle sechs Damen fielen aus dem Rahmen. Und nun fallen wir heute und hier endlich mal aus dem Rahmen als telegene Löffel-Damen. Ja, wir haben heute auch mal zum Klatschen Zeit. Wer zählt die Fernsehmänner-Namen? Gleich ob im Studio oder Halle, wir haben alle schon angesagt. Jeder Mann war schon dran. Und ich sag euch dies, Rainer Süß, macht nicht nur Theater. Auch die Musiker, die bejagt er. Und ich sag euch eins, glaubt mir, der Quirma Heinz ist ganz zu Recht Talente-Vater. Hans-Georg kommt mit Spielspaß froh an. Wie mein Heinz-Florian mit Spiel und Sport. Ich zieh in jedem Falle in Punkte, Pflicht und Recht. Professor Kauterate, der hilft echt. Ich kenn die Tiere alle, mit Krallen und Geklepp von Herrn Professor Darte. Tierpark-Treff. Mein Schwamm, der singt aus voller Kehle mit Beat und Seele. Ach ja, der Funk. Wer braucht keinen Saal? Wer spielt im Garten? Herr Fuchs gibt alle ängste Arten. Na nun, schätz doch mal, auf wen trifft meine Wahl? Natürlich auf den Jürgen Warten. Wir sehen uns das Geschehen der Welt an. Mit dem Klaus Feldmann sind wir im Willen. Ich bin kein Außenseiter, werd doch bei Wolfgang froh. Ich träum vom Spitzenreiter Schlagerstudio. Gerd E. kommt Rundschbriefkasten sachlich. Der Sandmann macht mich so herrlich mühe. Wir sehen fern diese Herren ganz besonders gern.